und damit ein herzliches willkommen zurück zu einer weiteren folge von fury wir sind hier stehen geblieben nach einem heftigen part gegen eine mächtigen taktikerin die auf schummeln zurückgreifen musste um uns überhaupt zu also richtig zu damagen als wir nämlich wussten wie wir an sie rankommen ohne groß schaden zu fressen also gehen wir hier mal weiter und gucken uns die landschaft mal an ich weiß nicht wie viele welten noch kommen ich weiß nicht was noch auf uns zukommen wird das ist vollkommen blind na niemo dekizu matzakke no aien garter toしたra na nioz sehka sehka seh yu meo meそれとも panic aizuaki taita Das war's für mich. Entschuldigung. Nein, das ist kein Sinn. Wie kann ich mich nicht mehr interessieren? Ich habe hier gearbeitet und arbeite. Ich bin schon seitdem. Ich denke, was ich nicht vergessen habe? Ich denke, dass ich mich nicht vergessen habe. Das war's für heute. Ich habe mich sehr interessiert. Heute ist es mein wichtiges Tag. Ich habe immer noch das Zeit gehalten. Ich werde es sehen. Na klar doch. Komm nur her, mein Freund. Ja klar, der kann einfach mal so treffen, ne? Ja, ist okay. Ist okay. Dankeschön. Knapp gerettet. Und jetzt? Ja, jetzt kommst du noch mit sowas. Ja, jetzt kommst du noch mit. Wie kann ich meine Bewegung ansehen? Hey! Das stimmt. Ich kann mich nicht so sehen, wie ich mich schreitze. Aber das ist das, was ich zu sagen. Das ist wahr, was ich zu sagen. Ich konnte gar nichts machen, ne? Nein, nicht wirklich. Ich halte dich nur für einen dreckigen Schummler. Hey, es finde ich so unfair, wir können fast nichts gegen ihn ausrichten, obwohl es sicher einer der einfachsten Bosskämpfe ist, wenn man weiß, wie man gegen ihn antritt. Ja, wir haben ihn. Einfach richtig im Moment zuschlagen. Ja, ich kann mich nicht glauben. Das ist die Wahrheit. Ich glaube, es ist ein Blut für die Macht. Ich glaube, ihn ist der der最besten Garni. Der soll der stärkste gewesen sein. Das ist ja lächerlich. Tut mir leid, da war die andere Kuh schlimmer. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Sieht schon geil aus, ne? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Sieht schon geil aus, ne? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ich hab noch keine Worte im Moment. Ich habe noch keine Worte, aber es ist anders. Ich bin aber nicht so am ich der Worte. Ich bin auch nicht so am Tag, aber ich bin selbst nicht so am Tag. Ich bin aber nicht so am Tag. Ich bin aber nicht so am Tag. Äh, und wie besiegt man jetzt die? Aha. Äh, ist okay, mein Freund. Nö, seh ich nicht ein. Nö, seh ich nicht ein. Nö, seh ich einfach nicht ein. Ja, ist okay. Bis wir vorne ankommen, sind wir halb tot. Weil ich's nicht, äh... ...komm, ne? Immerhin... Ja, meine... ...Herren. Hey, bitte jetzt nicht von Anfang an. Ja, danke. Ja, 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 ja. Ey, übertreibt es nicht. Ey, hallo. Ich hab gerade nur noch ein... ...fucking... ...Leme. Nein. 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 Ich bin tot. Oh, das ist so... Wie gesagt, sogar der Boss ist schwieriger als der letzte. Nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Oh, ist klar. Oh, wir haben es überlebt. Oh, sehr cool. Ja, ja. Okay. So funktioniert das also. Ja, ist okay. Ja, ist okay, bring mich doch gleich um. Äh. Ja, so. Ja, super. Ich bin umgebracht worden, oder nicht? Nein, nein, nein. Jetzt bin ich umgebracht worden. Okay. Aha, 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 aha. Nein, jetzt bin ich runtergeflogen. Scheiße, Mann. Was tut denn immer? Ja, danke, wir haben dich runtergeprügelt. Und wir haben ein Leben gut gemacht. Äh, was? Nö, was? Ja, super, ey. Ja, ist okay. Nö, ich zieh mich nicht zurück. Warum sollte ich mich zurückziehen? Du möchtest mich ja tot sehen. Nicht umgekehrt. Ey, also, ihr habt ja gesehen, wie das geht, ne? Aber, äh, irgendwie nimmt es nicht an, wenn ich dadurch slide. Warum auch immer, wahrscheinlich mache ich es zu früh. Könnte möglich sein. Aber, ey, wir haben es dennoch geschafft. Kommen wir jetzt zum letzten Gefecht. Oh, yeah. Ja, wundervoll. Ja, wundervoll. Der ist jetzt ziemlich schwach gegen. Jetzt muss ich weg. Nein, hier, friss. Du bist tot. Wundervoll. Da warst du wirklich schwach. Die Schrecke war hardcore. Aber, äh, individuell. Wirklich, die Kämpfe sind individuell gemacht. Wirklich, die Chege. Wirklich, die Chege. Wirklich, die Chege. Wirklich, die Chege. Bisher. Das war, wie wir schon um... Ich bin nur um, dass wir uns beherren, woher Sie sind. Okay, wenn du meinst, also haben wir jetzt wirklich den letzten Boss besiegt? Hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht. Aber okay. Sehen wir mal nach, was denn hinter dieser Tür oder hinter diesem Tor sich verbirgt. Wir sind nicht mehr dasselbe, da hat er recht. Wir sind stärker geworden. Oder so. Ich weiß zwar nicht individuell wie, aber ey. Wir haben auf jeden Fall an Erfahrung gewonnen. Okay, was ist denn das für eine Gegend? Was? Muss ich das verstehen? Okay. Laufen wir mal los. Wir sind hier nicht mal in der Position, um irgendwas zu machen, außer so zu laufen. Jetzt muss ich hier im, also vom ganzen Let's Play das erste Mal selbst latschen. Achso. Die Credits. Ha. Witz gewesen. Auf jeden Fall, das war's dann mit dem Let's Play von Fury, oder was ich gesagt, der Gamevorstellung. Wie hat euch das Spiel gefallen, meine Freunde? Also ich fand's genial, individuell. Kann man auch auf höheren Schwierigkeitsgraden machen. Das höchste ist, glaube ich, Furious. Und dann gibt's noch ein Speedrun, den man absolvieren darf, wenn man denn möchte. Leider ist nicht alles ganz drauf. Schade. Ach doch, bei euch schon. Sehr cool. Sehr cool. Ja, mein Bild ist leicht zu weit nach draußen gezerrt. Die letzten Buchstaben kann ich nämlich nicht lesen. Dafür bei euch. Ja. Auf jeden Fall sehr amüsanter Spiel. Habe ich jetzt gerade mal kurz von Nein bis Was war das? Nee. Ich habe das nach 10 Uhr angefangen sogar. Und jetzt ist halb 12 und ich bin durch. War auf jeden Fall ein nices Kurzgame. Hat alles, was man braucht. Erinnert mich einfach stark an Afro Samurai. Und die Hintergrund die Hintergrund Kulisse ist einfach genial, Freunde. Warum wir allerdings hier so lame sind, keine Ahnung. Verstehe ich selbst nicht. Weil wäre jetzt noch cool gewesen einfach mal ein wenig hier durch zu zappen mit unserer Speed Technik hier. Aber nun gut. Ich frage mich ja wie lange das hier alles ist. aber wir gucken mal. Vielleicht kommt noch irgendwas. Die Geschichte nebenbei war auf jeden Fall cool. Es wird immer dunkler. Auch okay. Es wird Abend, Nacht. Die Lichter gehen aus. Und ich glaube das war's Freunde. Allgemein ja. Wenn ihr irgendwelche Anregungen habt, wie gesagt, zu irgendwelchen anderen Spielen, ihr seht, solange es eine Story hat, werde ich selbst sowas zacken. Und das ist eben dann eure Aufgabe, mir was zu empfehlen, was ich denn sonst noch machen könnte, neben den Let's Plays, die ich ja schon noch laufen habe. Natürlich kommen die dann erst bei gegebener Zeit und nicht gerade, wenn ihr sie vorschlagt. Aber das heißt nicht, dass sie dann nicht kommen werden. Sie werden eher nicht kommen, wenn ihr nichts vorschlagt. Weil dann kommen nur die Games, die ich gerne spiele oder gerne spielen möchte. Und sonst wird es dann halt keine Spiele mehr irgendwann geben. Und das möchte ich tunlichst vermeiden und vielen Dank an dich dafür, dass du Fury durchgespielt hast. Cool. ein bisschen Dank an die gesamten Leute, die glaube ich an dem Produkt mitgearbeitet haben. wie ich habe keine Ahnung gehabt vom Game äh yo jetzt sind wir hier und was heißt es hä um uns geht alles kaputt oder was also das habe ich schon vorher nicht verstanden Ähm ich weiß gar nicht wo wir hin müssen Freunde das ist jetzt gerade so mein Anliegen. Ah wir sehen noch was cool ich wollte gerade sagen einfach so aufzuhören wäre doof gewesen ähm Und das heißt, was sollen wir tun? Ich weiß nicht. Äh, ich glaube, wir gehen mal hier hinterher, oder was? Äh, sieht mir nicht danach aus, als ob wir hinterher dürfen. Da hatten wir noch eine kleine Kurz-Ending-Session, aber irgendwie befriedigt mich das nicht mal. Ich hätte jetzt echt mehr erwartet. Klar, wir sind jetzt das Geheimnis, wie auch immer, aber ich hätte mir da noch was anderes gewünscht. Ja, wir können auf jeden Fall ein wenig die Prärie begutachten. Äh, ich kann auch nichts anderes mehr drücken, als... ...mich zu bewegen. Das ist sehr komisch, aber... ...ja... ...diese Welt sieht, auch wenn sie... ...in die Scheiße aussieht, trotzdem geil aus. Keine Ahnung. Klingt doof, aber ist so. Das ist mal wie hier. Lassen wir uns wieder fangen, oder was? ... ... ... Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Na dann, viel Spaß dabei, mein Freund Ich weiß jetzt nicht, wie das genau ablaufen wird Äh, ja, ist okay, ist okay Äh, ja, super, ist okay, mein Freund Ist okay, ja, ist okay, ich bin tot Gut, äh, ich muss einfach, ich muss einfach die hier abballern, aha, und versuchen hier auszuweichen Gekommen, irgendwie, irgendwie, hier, irgendwie, hier, irgendwie, hier, irgendwie, hier, irgendwie, hier, 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 Ah, ja, ja Super Ja Wisst ihr, ich müsste mich nur noch auf einen konzentrieren Aber Jetzt habe ich wieder einen zweiten an der Backe Ja, super Und dem können wir nicht auszuweichen, oder wie Ja, super So Ich weiß jetzt nicht, wie wir den Irgendwie noch schaffen können, in diesem Part Aber Sollten wir auf jeden Fall noch hinkriegen Das musst du mit dem Gewissen ausmachen Du weißt, dass du diesen Kampf gewinnen kannst Ja, auf jeden Fall Ja, super Schon wieder hellen Damage gefahren Ja, ist okay Ist okay, schon das erste Leben weg Äh Und die greifen mich nonstop an, ne Äh, und schon das nächste Leben weg Äh Ey, hallo Ist das normal Ey Mal ganz ehrlich Ist das normal bei euch So Aha Jetzt kann ich da mal ordentlich Damage reinhauen Ja, super Fick dich Geh liegen Ja Ja, nö Ist klar Freunde No Ey Also jetzt Übertreiben Sie es maßlos Es ist okay Äh Einer Bei einem kann ich noch ausweichen Aha Wenn ich es denn genau time Aha 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 Hey, hallo Ich schieß nicht nur zum Spaß auf euch Ist okay Ist okay Nö Und wir waren noch nicht mal bei der Hälfte angelangt, ne Na Und wir können nur schießen Aha Mal ganz herrlich Wo sind wir hier bitte Nein Nein Dankeschön Das erste von drei Modusen Haben wir schon Gecleart Äh Yo Äh Yo Äh Das finde ich nicht gerade fair Das finde ich definitiv nicht gerade fair Äh Darf ich mal Ja Ist okay Mein Held Ja Ja Äh Äh Darf ich mal Ja Na 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 Ja Super Ja Schöner ist, ne? So. Ja, super. Und wie soll ich da durchschießen jemals? Ja. Ja, hier fängt es ja schon an. So. Wenn ich hier in der Mitte bleibe, kann ich mich auf jeden Fall immer wieder safe regenerieren. So. So. Jetzt einfach in der Mitte bleiben, um die grünen Balken hier mitzunehmen. Äh, ja. Anders gewinnen wir hier nicht. Äh, hä. Und mindestens ein Damage müssen wir kassieren. Aber, hey. Was, äh, was labere ich hier? Wir kommen nie an diese Scheiße ran. Äh, hä. Es ist okay. Es ist okay. Äh, hä. Äh, ja. Super. Danke schön. jetzt wollen sie es wissen ja super nein warum 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 wir haben die erste stufe erledigt und jetzt dürfen wir gleich alles von vorne machen nur weil ich zu doof bin irgendwie hier durch zu kommen und das halt ja nur ein stück hier ja super ihr seid mir die geilsten ich muss mich gerade hier wieder ein wenig regenerieren und ich komme nicht mehr dazu ja gut das könnte jetzt noch ein wenig dauern ja ihr bekommt auf jeden fall ein extra large part ja super jetzt kommt das wieder ein spiel ja 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 meine fresse meine herren bist du auch mal liegen dankeschön jetzt darf ich mal sauber drauf ballern ohne dass mich hier irgend so ein assi stört nein ja super jetzt kommen sie schon mit zwei lesern ja super ich hätte ihn fast gehabt und was macht der gute herr von und zu ja das kann ich gleich wieder aufgeben kann ich neu starten ja kann ich ja da wir sowieso noch am anfang sind ja super fängt ihr schon mal gut an ja super darf ich mal dankeschön an na 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 day takim na 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 Das ist nicht gerade fair Nicht wirklich Was ist denn das für eine Hammerharte Boss Action Wahrscheinlich werde ich die auch nicht mehr machen Auch wenn ihr es eigentlich Verdient hättet Aber guckt euch das an Ich schaffe das nicht mal auf leicht Also Sagt mir nicht Das wäre irgendwie Das könnte jeder machen Also dann macht mir vor Freunde Dann macht mir vor Dankeschön Der erste Run hatten wir wieder Ich bin noch nicht mal zum dritten gekommen Also zum dritten Kapitel Dieses Boss Stages Hallo Bist du vielleicht Banane So 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 Das läuft Ey Ja Es ist okay Wir können einfach gar nichts dagegen tun Ja super Ja super So Danke vielmal Ich danke dir Oh Meine Fresse Ey Yo Nein 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 Ja was soll ich machen Freunde Entweder Entweder Kacke ich hier frontal ab Oder ich Reiß hier mal alles vom Zaum Und versuche hier einfach mal mein Glück Nein Wenn ich es noch schaffe schneide ich den Schluss rein Und sonst tut es mir echt leid meine Freunde Aber das geht über meine Kapazitätsnerven hinaus Nicht weil schon irgendwie 20 vor 12 oder so ist Ich habe ja um 2 Uhr nachts manchmal noch bessere Sachen Äh Gemacht ne Also An mir liegt es nicht Definitiv nicht Also ich wüsste jetzt nicht was ich da hätte machen können Ich versuche es immer Offline Modus mal Vielleicht bin ich So ja besser Keine Ahnung Also ich hoffe euch hat der Part gefallen Auch wenn er hier ziemlich Scheiße geendet hat Und Vielleicht bis zum nächsten Mal Oder zu einem weiteren Let's Play Ich habe euch soweit alles gezeigt Und Ja Das ist die Stärke des Hauptbosses Wenn ihr ihn herausfordern möchtet Dann seid ihr So dran wie ich Also Überlegt es euch Und macht wie er wollt Tütle